hallo und herzlich willkommen zu unserer vorlesung zum kurse web technologien ich begrüße alle ganz herzlich und wenn sie wollen können sie mich auch begrüßen oder kurz hallo sagen entweder im twitch chat oder in dem rocket chat der uni wenn sie irgendwelche fragen haben irgendwelche kommentare während des streams während der vorlesung dann stellen sie die einfach wie gehabt im chat und im rocket chat der uni habe ich auch extra dafür einen thread eingerichtet und den habe ich auch im auge bzw im blick und wird dann dort auf ihre fragen eingehen bevor wir anfangen mit unserem thema heute und wir werden uns heute so ein bisschen irgendwo zwischen theorie und praxis bewegen und ein bisschen über software engineering reden ein bisschen außerhalb von eigentlichen kernbereich der diskurs ist also weniger jetzt spezifisch was mit web technologien uns anschauen sondern mehr so im allgemeinen uns anschauen wie man software entwickeln kann oder sollte bevor wir damit aber anfangen habe ich ganz kurz eine frage an sie und das betrifft vor allem eigentlich nur die regensburger studierenden die digital humanities master wir haben in diesem semester jahr zwei wochen später angefangen mit unserer vorlesung und das heißt es stehen jetzt noch zwei sitzungen aus wir müssen uns irgendwie überlegen wie wir die nachholen und grundsätzlich wollte ich erst mal nur fragen wie das bei ihnen mit klausuren und sowas ausschaut in den nächsten zwei beziehungsweise drei wochen ob sie da jetzt sagen sie haben irgendwie 20 klausuren die sie schreiben müssen und es gibt überhaupt keine möglichkeit dass wir das in den nächsten wochen nachholen oder ob sie glauben dass wir vielleicht irgendwie zumindest ein termin von den ausgefallenen vielleicht direkt in der ersten vorlesungsfreien woche nachholen können vielleicht mal ganz kurz den hinweis haben sie irgendwie in dieser zeit mittwochs 14 bis 16 uhr in der übernächsten woche dann wieder zeit schau mal ob da irgendwie antworten eingehen so nicht so viel los okay also vielleicht müssen wir das da noch mal irgendwie offline oder sowas klären aber wir müssen uns irgendwie ein bisschen was überlegen um diese inhalte nachzuholen entweder indem ich ihnen das irgendwie aufzeichne oder wir schauen mal ob wir irgendwie einen zeitpunkt finden wo wir das dann außerhalb von dieser klausuren seite machen können vielleicht denken sie noch mal darüber nach schreiben wir alles was ihnen dazu einfällt in den chat rein und dann werfe ich nach der vorlesung blick drauf was haben wir heute vor und ich mache jetzt einfach mal klar ich schreibe dann in den grips kurs rein und dann machen wir das mit allen leuten aus was haben wir heute vor inhaltlich ich möchte ein bisschen mit ihnen über software entwicklung reden und ich möchte ihnen so ein paar dinge zeigen die es ihnen vielleicht ermöglichen können bisschen besser zu programmieren oder bisschen allgemeiner gefasst ein bisschen besser software zu entwickeln das hat jetzt nicht speziell mit web technologie zu tun haben sondern das hat ein bisschen allgemeiner was damit zu tun wie man software entwickelt und ich möchte ihnen ein beispiel von zum ersten entwurf mustern zeigen wie man durch entsprechend eigentlich existierenden lösungen wiederkehrende probleme immer auf eine sehr stabile und saubere art und weise in der software entwicklung lösen kann das der erste punkt der zweite punkt ist dann dass ich sie so ein bisschen motivieren möchte sich ab jetzt oder vielleicht tun sie das ja eh schon einfach ein bisschen mehr gedanken tatsächlich zu machen wenn sie software planen da werden wir uns ein bisschen anschauen wie man vielleicht durch ganz einfache skizzen durch so ein bisschen überlegung am ende weniger schlecht programmiert als man das jetzt vielleicht im moment macht das ist nicht nur für die ganz konkrete anstehende projekte arbeit ein wichtiger faktor also da müssen sie ja wieder selber implementieren und sie müssen auch im rahmen von ihrem studium vielleicht die ein oder andere kleine anwendung implementieren sondern das ist glaube ich für sie auch ein ganz wichtiger punkt weil sie ja vielleicht nach dem studium tatsächlich auch ab und zu mal so eine vermittelnde position einnehmen müssen also gerade irgendwie in diesem bereich dh kann es ja sein dass sie sich eben nicht nur mit geisteswissenschaftlern auseinandersetzen und als tech experte vielleicht dienen sondern vielleicht gibt es ja dann in dem team auch noch tatsächlich software entwickler und entwicklerinnen und sie müssen vielleicht mit beiden tatsächlich beiden gruppen von menschen irgendwie kommunizieren können und auch wenn sie jetzt durch den master studiengang dh sicherlich nicht irgendwie den anspruch haben müssen zu einem software engineer zu werden automatisch schadet es nicht wenn sie so ein bisschen mehr quasi in die gedanken welt vielleicht von software entwicklern und entwicklerinnen einsteigen und sich vielleicht so ein bisschen vergewissern wie die dann tatsächlich arbeiten und wie die auch probleme lösen das hilft ihnen weil sie ja die gleichen aufgaben haben auch sie müssen die software entwickeln und es hilft ihnen auch dabei dann die unterschiedlichen schulen oder philosophien oder gruppen von menschen zu verstehen die möglicherweise später in projekte involviert sind das wollen wir uns heute an einem ganz konkreten beispiel eben anschauen mir ist eine sache aufgefallen die man tatsächlich ganz schwer irgendwie aus dem analogen ins digitale überführen kann nämlich das klassische vorstellen von irgendwie lese empfehlungen oder büchern allgemein in vorlesungen also das kennen sie ja wahrscheinlich gerade wenn sie vielleicht tatsächlich auch vorher einen eher geisteswissenschaftlichen oder sprachwissenschaftlichen studiengang besucht haben dass so ein wichtiger punkt irgendwie im semester ist das dann irgendwie der professor das bin ich nicht aber ich mache jetzt auch hier so eine art vorlesung nach vorne kommt und sagt das sind irgendwie die fünf bücher die sie unbedingt lesen sollen und die dann rum gibt und jeder schaut irgendwie so ein bisschen rein und tut so als ob ihn das interessiert das können wir irgendwie im digitalen rahmen schlecht machen aber ich möchte trotzdem sie auf ein paar bücher hinweisen die jetzt keine pflicht lektüre für diesen kurs sind also müssen die nicht lesen wäre keine klausur in der wir das irgendwie abfragen aber das sind so ein paar sachen die sie wenn sie jetzt vielleicht im laufe des semesters gemerkt haben dass sie das vielleicht doch ein bisschen interessiert stärker in diesen bereich software entwicklung reinzugehen oder allgemein einfach nur ein bisschen mehr darüber wissen möchten ihnen vielleicht helfen könnten und ich versuche das jetzt mal tatsächlich so ein bisschen ins digital zu holen und halte die bücher zumindest in die kamera philosophy of software design von john oosterhut ist glaube ich ein buch wo sie wenn sie so ein bisschen programmieren können aber ein bisschen besser wissen möchten wie man vielleicht software design wie man vielleicht konzeptionell besser an software entwicklung herangeht das von vorne nach hinten lesen können das ist nichts was man irgendwie jemandem empfiehlt der schon jahrelang software entwickelt und das alles kann sondern das ist vielleicht genau für sie vielleicht für informatik studierende so im ersten zweiten semestern ein sehr gutes buch das basiert auf erkenntnissen beziehungsweise erfahrungen die der autor auch im rahmen von college kursen gemacht hat und er hat einfach mal aufgeschrieben was irgendwie so seiner meinung nach ja die wichtigsten botschaften oder werte sind die man vielleicht irgendwie neuen software entwicklern und entwicklerinnen mit geben sollte also worauf sollte man besonders achten wenn man jetzt irgendwie ganz rudimentär software entwickelt wenn man vielleicht klassenkomponenten designt wenn man vielleicht versucht fehler zu vermeiden das ist sehr oberflächig aber in einem positiven sinne oberflächig weil sie damit glaube ich ganz gut dann nachdem sie wissen wie so eine programmiersprache an sich funktioniert ein bisschen einfach ihre eigenen fähigkeiten verbessern können das ist das erste das habe ich auch verlinkt im grips kurs dann das habe ich jetzt gerade nicht dabei es gibt ein buch das heißt tatsächlich weniger schlecht programmieren und das ist ja ein bisschen anekdoten haft eine essay sammlung von ganz vielen programmierern und programmierer in denen einfach so ein bisschen geschrieben wird wie man sich selber und seine fähigkeiten verbessern kann das ist ganz nett irgendwie um das mal nebenbei zu lesen aber das nur als hinweis woher dieser titel von der aktuellen vorlesung tatsächlich kommt dann wenn sie irgendwie ein buch brauchen was sie jetzt im sommer vielleicht im freibad falls man da wieder reingehen kann ein bisschen lesen können oder abends wenn sie nicht einschlafen können weil es noch ganz warm ist dann empfehle ich ihnen das hier zu problem software das ist tatsächlich fast schon ein roman also das ist mehr oder weniger die lebens- und berufsgeschichte von adam bar dem autor von diesem buch und der zeichnet so ein bisschen seine biografie in der softwareindustrie nach beschreibt glaube anfang so in den 80er jahren bis zur aktuellen zeit dann tatsächlich was ich so in der software entwicklung getan hat und die leitmetapher dahinter ist dass man in vielen fällen eigentlich immer noch die gleichen probleme macht und hat die man schon die ganze zeit also wer schon ein bisschen länger programmiert der weiß dass das sich probleme wiederholen und wir eigentlich gar nicht so viel besser werden als wir denken und das wird in dem buch problem software ganz nett nochmal aufgeriffen und das ist tatsächlich auch kein kein lehrbuch oder kein sachbuch sondern das kann man so einfach mal lesen letzte empfehlung und ein buch was man nicht einfach mal so lesen kann eigentlich schon wenn man möchte aber was ein bisschen anderes konzept hat ist ein buch von christopher alexander pattern language das wir heute auch ganz ganz kurz mal in folien uns anschauen werden und das ist ein buch was überhaupt nichts mit informatik oder programmieren zu tun hat sondern was aus der architektur kommt aber dieser begriff entwurfsmuster beziehungsweise design patterns den man in der software entwicklung kennt den sie vielleicht auch in anderen studiengängen schon mal aufgegriffen haben vielleicht in der psychologie zum beispiel verhaltensmuster und so weiter der kommt hierher also das bei verhaltensmustern bin ich ein bisschen vorsichtig aber zumindestens wir informatiker und informatikerinnen haben unseren entwurfsmuster begriff eigentlich von christopher alexander kopiert was hinter diesem buch steckt ist die überlegung dass man sich anschaut wie architektur tatsächlich funktioniert architektur in form von gebäuden und nach irgendwie ganz konkreten ähm wiederkehrenden lösungen für die gleichen problemfälle sucht also wie ähm kann ich vielleicht tatsächlich irgendwie räume innerhalb von dem gebäude anordnen schauen uns das gleich nochmal im detail an ich habe ihnen das buch nur empfohlen weil das tatsächlich so der ursprung von diesem design pattern begriff ist und wenn ihnen das was wir uns jetzt heute anschauen in den vorlesungen so ein bisschen spaß macht dann ist das auf jeden fall was was man sich vielleicht mal zulegen könnte oder anschauen könnte ähm es sind insgesamt drei bücher das was ich ihnen gerade gezeigt habe ähm pattern language ist so das zentrale werk in dem wirklich diese einzelnen muster die man in der architektur finden kann aufgeführt werden dann gibt es noch ein vorgänger timeless way of building in dem überhaupt erstmal motiviert wird wie so eine muster sprache entstehen kann und wie die erhoben worden ist und dann gibt es noch einen dritten band der oregon experiment haben in dem dann tatsächlich mal so eine entwurf muster sprache oder in muster sprache da nicht nur in der reproduktion verwendet wird sondern tatsächlich auch um ein stadt oder ein ort zu planen also diese entwurf musste dann aktiv in der architektur einzusetzen und sie werden merken gerade dieses buch christopher alexander das ist eines meiner lieblingsbücher deshalb werde ich ganz viel jetzt heute darüber erzählen und hoffe dass ich auch ihnen nicht zu viele dinge erzähle die sie gar nicht interessieren ok also kleine analog digitale bücher reihe abgehakt bisschen was von dem kriegen sie auch noch im krips kurs verlinkt dann würde ich sagen fangen wir vielleicht gleich mal an mit unseren unserem vorlesungsteil für heute und ich habe ihnen schon angekündigt der titel ist ein bisschen polemisch weniger schlecht programmieren wir versuchen jetzt einfach ein bisschen besser zu werden und besser werden heißt in der software entwicklung tatsächlich häufiger dass man weniger schlecht ist also es klingt vielleicht ein bisschen komisch aber wir schauen uns an was wir so für fehler machen was wir für probleme vielleicht haben und die versuchen wir dann zumindestens ja zu umgehen das heißt nicht dass wir irgendwann einen perfekten zustand erreichen sondern dass derzeit einfach weniger schlecht ist als vorher und was wir uns anschauen werden also zwei größere ideen wie man in diese richtung arbeiten kann sind einmal diese entwurfsmuster also so vorlagen wie man bestimmte probleme lösen könnte und allgemein vielleicht so ein bisschen planhaftes vorgehen ich werde ihnen dazu am anfang kleine einführung in dieses konzept der design patterns geben dann schauen wir uns zwei von solchen entwurfsmustern im detail an tatsächlich auch zwei patterns die sie zum einen schon kennen mit dem observer pattern zumindestens wird ihnen das gleich bekannt vorkommen und zum anderen mit dem mvc pattern als so ein ganz grundsätzliches muster für den aufbau interaktive anwendung mit user interface dass sie dann auch für die eigenen projekte vielleicht einsetzen können wenn wir am ende noch zeit haben ich bin mir nicht sicher ob wir dazu kommen leider nicht die vollen zwei stunden zeit habe werden wir uns dann auch noch mal an einem eigenen beispiel ausprobieren und tatsächlich so ein bisschen dieses planhafte vorgehen jetzt völlig unabhängig vom code und von der programmiersprache einfach mal versuchen zu umzusetzen einem kleinen mini beispiel fangen wir mal an mit mit diesem konzept entwurfsmuster und das fängt damit an dass grundsätzlich irgendwie software entwicklerinnen oder entwickler wie alle menschen vielleicht nicht faul sind aber sich ungern irgendwie die die gleiche arbeit doppelt machen und das führt dann dazu dass man vielleicht ein bisschen genauer seine eigene arbeit analysiert sich anschaut mit was für problemen man so umgeht und vielleicht versucht dann nicht nur immer eine ganz konkrete sondern vielleicht generische lösungen abzuleiten die es einem erlauben erfahrungen die man gemacht hat konzepte die man entwickelt hat auch auf ähnliche problemgruppen tatsächlich zu überführen und im kontext von software entwicklung sind das dann zum beispiel solche probleme auf die wir im rahmen der implementierung von anwendungen tatsächlich stoßen zum beispiel sowas wie objekterstellung das kennen sie mittlerweile jetzt aus zwei programmiersprachen python und javascript wir müssen irgendwann diese bausteine von unserer anwendung von objekten tatsächlich erstellen das ist ja so in der objekt orientierten programmierung die nicht atomaren aber die wesentlichen bestandteile einer anwendung die müssen wir irgendwie erstellen die müssen parametrisiert werden wir müssen vielleicht irgendwelche einzelne informationen zu einem großen ganzen zusammensetzen das kann ganz unterschiedlich sein sie haben vielleicht irgendwie ein objekt was einen sehr komplizierten konstruktor hat mit ganz ganz vielen werten sie haben vielleicht ein objekt was so ein stückchen implementiert gehört beziehungsweise erstellt gehört sie haben vielleicht bestimmte fehler korrekturen die sie ausführen müssen aber es gibt einfach in diesem kontext objekterstellung so wiederkehrende aufgaben müssen ganz viele parameter übergeben müssen die testen und so weiter wir haben vielleicht mehrere komponenten in unserer anwendung die in einem kommunikativen verhältnis stehen sie haben zwei objekte und die tauschen irgendwie informationen miteinander aus das ist nichts was es nur in einer ganz speziellen app gibt sondern das ist eigentlich in mehr oder weniger jeder anwendung die sie schreiben irgendwann der fall dass sie nicht isolierte komponenten haben sondern dass sie irgendwann zwischen zum beispiel jetzt in unserem fall modulen auch miteinander da informationen austauschen müssen also diese komponenten müssen irgendwie miteinander sprechen wir haben vielleicht das bedürfnis dass wir bestimmte teilbereiche unserer anwendung vor anderen verstecken weil wir den zugriff einschränken möchten weil wir vielleicht den missbräuchlichen zugriff ein bisschen reduzieren wollen oder die gefahr von irgendwie dem missbräuchlichen die missbräuchlichen verwendung von der komponente einschränken möchten also komponenten stehen in einem bestimmten verhältnis und damit bestimmen wir dann die verfügbarkeit sie kennen das jetzt in unserem ganz konkreten fall dass wir bei diesen modulen die wir implementiert hatten immer die möglichkeit gehabt haben zwischen dem tatsächlich nach außen veröffentlichten teilbereich unserer module und dem inneren vom rest der anwendung gekapselten und geschützten bereich unterscheiden können das ist ein generisches prinzip was wir in ganz ganz vielen anwendungen umsetzen oder zum beispiel so was wie zuständigkeiten also eher so ein strukturell inhaltliches problem dass wir vielleicht einzelnen komponenten ganz bestimmte aufgaben zuweisen möchten und unsere anwendung dann entlang dieser aufgabenverteilung strukturieren möchten und eine bestimmte komponente macht bestimmte aufgaben und eine andere komponente macht andere aufgaben und innerhalb dieses kontextes sind dann möglichst unabhängig und liste könnte man noch ewig weiterführen wichtig ist nur haben wir stoßen immer wieder auf irgendwelche herausforderungen auf aufgaben die möglicherweise im detail sich unterscheiden also vielleicht unterscheiden sich die objekte die an seiner kommunikation beteiligt sind hinsichtlich ihrer aufgabe oder ihres aufbaus zwischen zwei anwendungen aber das prinzip ist das gleiche wir müssen irgendwie zwei objekte miteinander in verbindung bringen oder wir müssen ein objekt erstellen das heißt diese klasse von problemen die zieht sich durch ganz ganz viele projekte auch wenn die anwendungen unterschiedlich sind werden wir wahrscheinlich diese probleme dann auf eine gleiche art und weise lösen oder zumindest auf eine sehr ähnliche lösung auf eine sehr ähnliche art und weise lösen das heißt wenn wir einmal eine funktionierende lösung gefunden haben um zum beispiel ein sehr komplexes objekt zu erstellen in dem wir uns überlegt haben wie kann ich denn jetzt vielleicht diese parameter einzeln an den konstruktor übergeben wie kann ich vielleicht phasenweise erstmal sammeln was ich so an informationen brauche und dann am ende wenn alles wirklich da und geprüft ist erst das objekt erstellen dann ist die chance hoch dass wir dieses konzept was wir einmal entwickelt haben auch auf das nächste ähnliche probleme anwenden können also wir können bei wiederkehrenden problemen mit hoher wahrscheinlichkeit die lösung vielleicht nicht hundertprozentig aber zumindest in der gleichen form übernehmen und dann wird es interessant weil dann können wir nämlich wenn wir ein bisschen weiter überlegen aus diesen sehr konkreten lösungsvorschlägen abstrakte muster ableiten also vorlagen wie wir ein solches problem zu lösen haben und diese vorlagen mit sehr viel mehr information noch drumherum das sind die entwurfsmuster also wenn wir durch erfahrung irgendwie eine funktionierende lösung für zum beispiel die objekterstellung von einem komplexen objekt definiert haben dann kann das theoretisch zu einem entwurfsmuster werden also das potenzial für ein design pattern da dieser begriff um so archetypen für für problemlösung zu definieren der kommt wie schon angekündigt nicht aus der informatik also der ist von christopher alexander geprägt worden in unter anderem dem buch was ich ihnen gerade gezeigt habe pattern language und kommt so aus den späten 70er jahren die idee dahinter ist dass wir wenn wir uns anschauen und wir sind jetzt im bereich architektur also bei architektur von gebäuden dass wir eigentlich immer und immer wieder die die gleichen probleme lösen und die lösung wiederholen sich auch ganz konkret vielleicht so als beispiel was in der architektur da auffällt sie haben vielleicht tatsächlich irgendwie eine wohnung zu planen und sie müssen das verhältnis von den räumen die nutzung vielleicht die position von den fenstern entsprechend so optimieren dass da irgendwie möglichst angenehm zu wohnen drin ist oder sie haben eine stadt die vielleicht bestimmte ansprüche seitens der bewohner und bewohnerinnen hat und sie müssen dann entsprechend viertel planen sie müssen geschäftsflächen planen sie müssen verkehrsflächen planen sie müssen die kommunikation der menschen vielleicht auf öffentlichen plätzen oder so optimieren oder überhaupt erst mal ermöglichen und wenn man sich diese ganz konkreten lösungen anschaut dies vielleicht überall auf der welt für für diese arten von problemen gibt dann kann man daraus eben die funktionierenden lösungen tatsächlich ableiten und daraus entsteht dann so ein pattern man hat irgendwie erkannt dass eine bestimmte art und weise der lösung für ein problem vielleicht sehr gut funktioniert und hat das dann als tatsächlich ein entwurfsmuster dokumentiert dieses konzept sich so nennen wir es mal empirisch ein problem raum anzuschauen systematisch zuerst die probleme dann die lösung anzuschauen das zu dokumentieren und mit entsprechenden handlungsanweisungen zu versehen wie man dann selber wenn das problem noch mal auftritt so eine lösung umsetzen kann das hat sich seitigen den ende der 70er jahren seit christopher alexander das damit kollegen publiziert hat relativ weit verbreitet mein mikrofon knattert das ist aber nicht gut ist das jetzt besser sagen sie mal bescheid ob es irgendwie besser schlechter oder gleich bleiben wird was so die audio qualität angeht ich hoffe mal dass da nur ein kabel locker war dann müssen wir wohl erstmal mit dieser schlechten audio qualität leben ich schaue mal ob ich danach irgendwie herausfinden woran das möglicherweise liegt aber ich versuche mal ein bisschen genauer ins mikrofon zu sprechen dieses konzept von christopher alexander hat sich ziemlich weit verbreitet in andere bereiche und die informatik oder die software entwicklung ist nur einer davon also ich habe schon gesagt psychologie hat sich der engl bedient sie finden das vor allem auch in der pädagogik recht häufig als begriff was irgendwie verwendet wird und es gab auch so eine zeit vor ein wo irgendwie jeder so design patterns für alle möglichen anwendungsfälle konzipiert hat für uns am wichtigsten ist aber tatsächlich diese übernahme des begriffes in die informatik in die software entwicklung und so eins der standard werke dazu ist von erich gamma et al 1995 das erste mal entschieden design patterns elements of reusable object oriented software das ist quasi das software äquivalent zu christopher alexanders pattern language in dem mehrere jetzt in dem fall ganz konkret für die objektorientierte programmierung ausgewählte entwurfsmuster auf eine sehr ähnliche art und weise beschrieben worden sind also auch da ist der titel gleich ein titel beschreibung des problemes lösungsansatz ein beispiel und so weiter dazu sehen sie auch gleich im beispiel diese transformation von diesem architektur bereich in den software bereich die hat natürlich zur folge dass das ein bisschen anders funktioniert aber das prinzip ist alles eigentlich das gleiche das ist irgendwie das interessante dass wir uns jetzt in einer ganz anderen domain bewegen die der grundgedanke und auch die ausführung von seiner mustersammlung aber da sehr stark dem ähnelt was man auch in der architektur findet erstmal dieser anspruch dass man eben ein problem nicht unbedingt wiederholt lösen möchte also wenn ich weiß dass ich irgendwie eine aufgabe habe dann ist es durchaus naheliegend als software engineer sich erstmal zu überlegen haben vielleicht andere leute das auch schon gemacht und gibt es gesichertes wissen dazu wie ich vielleicht eine gut funktionierende lösung dafür implementiere jetzt in dem kurs nicht so stark irgendwie über software engineering als begriff geredet aber was dahinter steckt ist ja tatsächlich so ein ingenieurhafter anspruch an die entwicklung von software ranzugehen also software engineering ist die anwendung wissenschaftlicher erkenntnisse und dem erfahrungsschatz der community auf den problemkontext der software entwicklung dazu gehört dass man eben tatsächlich nicht immer versucht das raten neu zu erfinden sondern dass man sich an diesem gesicherten wissen an diesem erfahrungsschatz tatsächlich dann bedient und die idee von erich gamma war es eben genau das zu tun sich anzuschauen was gibt es irgendwie so für wiederkehrende probleme in der software entwicklung speziell in dem design objekt orientierter software was finden wir da für lösungen wie können wir das so dokumentieren dass es dann tatsächlich im nachhinein anderen software entwicklern und entwicklerinnen hilft besser software zu entwickeln und vor allem wenn sie sich dieses wissens bewusst sind dann auch ganz gezielt solche entwurfs muster in die planung und umsetzung von software mit einzubeziehen sondern so ein entwurf muster in zumindest damals perspektive aber das ist eigentlich deckungsgleich mit so ziemlich anderen allen anderen design oder entwurfs der muster sprachen sind vier komponenten nämlich einmal erst mal nen name also jedes muster jedes design pattern braucht irgendwie ein eine bezeichnung und das klingt vielleicht banal aber das ist sehr sehr wichtig weil über diesen namen ein gemeinsames vokabular geschaffen wird mit dem wir dann über diese design patterns sprechen können also nur durch die tatsache dass wir irgendeinem ding einen namen geben können wir überhaupt erst mal gemeinsam darüber sprechen weil wir da eine gemeinsame vorstellung davon haben was sich hinter diesem namen verbirgt und wir können kodifiziert uns darüber austauschen ohne dass wir jedes mal das darunter liegende prinzip erklären müssen also wenn ich ihn jetzt gleich erklärt habe wie dieses observer pattern funktioniert dann können wir danach diesen gemeinsamen schatz an informationen hinter oder durch diesen namen observer pattern jederzeit abrufen und dann ist ihnen völlig klar was ich damit meine und sie können das gut umsetzen und wir können darüber diskutieren ob das zum beispiel eine gute idee wäre für unsere software da muss das problem beschrieben werden also was ist der ursprung dafür dass wir uns überhaupt über dieses design pattern gedanken machen das sollte auch hinsichtlich des kontext beschrieben werden also vielleicht ist ein bestimmtes phänomen nur in einem bestimmten kontext ein problem und in einem anderen vielleicht nicht wir müssen eine lösung haben das heißt wir brauchen eine klare beschreibung dessen wie dieses muster jetzt tatsächlich umgesetzt wird und wir sollten irgendwie wissen was sich dafür konsequenzen daraus ergeben bei dieser lösung ist ganz wichtig dass wir auch beispiele haben also dass wir nicht nur sagen wir konzipieren in pattern xy die kommunikation zwischen zwei objekten auf dieser art und weise sondern dass wir ganz konkret in unserem fall vielleicht am beispiel von einer programmiersprache sehen wie man das ganze umsetzen könnte und diese konsequenzen die sollen heißen dass man abschätzen kann was ich irgendwie aus der adaption von einem muster tatsächlich dann für mich und für meine software als folgende konsequenzen ergeben also vielleicht kann ein pattern nur zusammen mit einem anderen pattern sinnvoll eingewendet werden oder durch die übernahme oder lösung von einem bestimmten entwurfs muster wird es unwahrscheinlich oder unrealistisch dass man ein anderes muster implementieren kann also dieses klare dokumentieren von möglichen konsequenzen ist auf jeden fall auch eine ziemlich wichtige ein wichtiger teil von ebenso einem design pattern nach erich gamma aber tatsächlich auch in anderen muster sammlungen wenn wir uns dann auf die ebene von so einem einzelnen pattern bewegen dann braucht es noch ein bisschen mehr sind das jetzt so die kategorien die sie auch in dem buch finden werden dass ich gerade gezeigt habe ich habe es nicht gezeigt ich schaue gerade ob es irgendwo ist aber das finden sie zum beispiel an der uni regensburg auch im opak dieses buch design patterns auch als ebook falls sie da mal ein blick darauf werfen wollen und in diesem buch von erich gamma ist dann zum beispiel neben dem namen für jedes entwurfsmuster auch so eine klassifikation drin also eine kategorisierung wo dieses pattern hingehört wir machen nicht einfach eine große liste an verschiedenen entwurfsmustern sondern wir sagen zum beispiel dass diese zehn muster etwas mit der objekterstellung zu tun haben diese zehn gehören vielleicht dazu wie wir objekte miteinander kommunizieren lassen die vielleicht dazu wie wir objekte gestalten und so weiter also wir kategorisieren dieses wissen wir sagen warum wir dieses pattern eigentlich anwenden wollen also was ist der was ist die motivation was ist der benefit dafür dass wir jetzt dieses muster adaptieren für unsere software wir schränken so ein bisschen ein wo man das verwenden kann also in welchen situationen macht es sinn ein bestimmtes muster anzuwenden und in welchen nicht was sind vielleicht so indikatoren für existierende lösungen die uns quasi als fingerzeig hinweisen sollten dass es gut wäre ein bestimmtes muster zu adaptieren also wie schaut schlechte software aus die man durch den einsatz von einem muster optimieren könnte und wie können wir diese situation erkennen also letztendlich einfach so diesen kontext in dem ein bestimmtes muster anwendbar ist wir brauchen auf jeden fall das habe ich gerade schon gesagt beispiel code im fall von erich gamma design patterns ist das c++ bzw small talk also vielleicht beides programmiersprachen die sie jetzt nicht so direkt im kopf haben das macht aber gar nichts weil gerade bei diesen beispielen von erich gamma kann man auch viel und kann gut den code verstehen wenn man jetzt kein c++ oder sowas kann aber wir brauchen irgendwie ein beispiel wenn wir eine lösung für ein problem haben müssen wir auch wissen wie man das ganz konkret theoretisch einsetzen und dann auf der basis vielleicht auf andere programmiersprachen überführen könnte wir brauchen irgendwie so eine art notation die uns nicht nur klassifizieren hilft wie diese patterns tatsächlich sortiert werden sondern dies uns auch vielleicht irgendwie hilft die patterns untereinander hierarchisch anzuordnen also es gibt vielleicht bestimmte große muster die sich sehr gut dadurch umsetzen lassen dass man vielleicht an bestimmten stellen andere kleinere muster als teil lösung implementiert wenn wir uns dieses mvc pattern anschauen werden ganz am ende werden sie sehen dass das so eine ganz übergreifende struktur vorstellungen von einer grafischen benutzer oberfläche für eine anwendung ist oder allgemein für eine anwendung mit grafischer oberfläche und wenn wir das umsetzen möchten dieses model view controller pattern dann werden wir an vielen stellen kleinere hierarchisch vielleicht darunter liegende patterns umsetzen müssen also zum beispiel irgendwie eine lösung dafür finden wie die großen säulen des mvc patterns miteinander kommunizieren auch hier noch mal gerade eben schon erwähnt konsequenzen tauchen in diesem buch von erich gamma immer auf was wirkt sich positiv durch die implementierung von dem pattern aus was wirkt sich negativ aus und in so einem gleichen atemzug auch wie hängt ein bestimmtes muster vielleicht mit anderen zusammen also es kann ja auch eine konsequenz sein dass ich vielleicht gezwungen bin dann ein bestimmtes anderes entwurf muster zu verwenden um ein vorher ausgewähltes optimal zu unterstützen das ist jetzt ganz viel theorie gewesen und ich würde das jetzt gerne haben also zwei beispielen mit ihnen ein bisschen eher in die praxis überführen ich habe jetzt zwei sachen rausgesucht die sie zum einen zumindest in der praxis schon kennen also das observer pattern ist was was sie auch vielleicht nicht unter dem namen aber zumindest verwendet haben das wird ihnen gleich bekannt vorkommen und das model view controller pattern wie gesagt so als ein beispiel für so eine gesamt idee für die strukturierung einer anwendung auch das haben sie vielleicht schon mal gehört vielleicht nicht unbedingt selber umgesetzt aber das werden wir so versuchen herzuleiten dass sie das auch gut verstehen können vielleicht bevor wir weitermachen ganz kurz noch mal den die frage an den chat wie ist die tonqualität kann man mich noch verstehen oder es ist ganz schlimm was das audio angeht ich warte mal kurz sie machen mir sorgen jetzt habe ich mir so teure sachen gekauft und dann funktionieren die nicht warten sie mal ganz kurz ich probiere mal was aus ich bin gleich wieder bei ihnen das dauert nur ganz kurz so jetzt schauen wir mal ob das ein bisschen was gebracht hat irgendwie jetzt neu starten und so sowas kann ich leider gar nicht kann ich im moment nicht so ein bisschen komplizierter hier alles aber wir machen jetzt einfach mal weiter wenn sie mich gar nicht mehr verstehen dann sagen sie kurz bescheid und dann überlegen wir uns noch mal was anderes aber jetzt machen wir es mal weiter und das problem löse ich dann hoffentlich im anschluss ok was ich ihnen jetzt vorstellen möchte ist was ich ihnen jetzt vorstellen möchte ist das erste von diesen beiden beispiel patterns dass wir durchgehen werden und zwar ist das dieses observer pattern das observer pattern dient dazu das kann ich ja schon mal vorweg nehmen zwei komponenten miteinander zu verbinden die miteinander informationen austauschen müssen beziehungsweise die in einem verhältnis stehen in dem die eine komponente zustandsänderungen zustandsveränderungen der anderen komponente empfangen muss also zwei komponenten müssen irgendwie miteinander kommunizieren und die eine interessiert sich dafür wenn in der anderen sich irgendwie was verändert das so als grundsätzliche annahme schon mal und um das so ein bisschen herzuleiten müssen wir uns vielleicht ganz kurz mal anschauen was das eigentlich heißt wenn wir von so einer komponente in der software entwicklung reden also software besteht das haben sie schon mitbekommen das haben sie selber auch schon praktiziert in der regel nicht aus so einer einzigen monolithischen einheit sondern besteht in der regel aus unterschiedlichen komponenten also bauen vielleicht verschiedene klassen verschiedene objekte die eine bestimmte aufgabe haben und auf aus dieser tatsache oder aus dieser idee dass wir software so kommen komponenten basiert ergeben ergibt sich implementieren ergibt sich dann auch die konsequenz dass diese komponenten in irgendeiner art und weise miteinander kooperieren müssen also wir teilen unsere software ganz bewusst auf in verschiedene komponenten und aufgaben bereiche aber es muss immer irgendwie eine schnittmenge oder eine schnittstelle zwischen denen geben weil sonst wäre es irgendwie einfach nur eine menge von komplett isolierten programm das ist in der regel nicht der fall in der regel ist es so dass diese komponenten die wir identifiziert haben trotzdem noch in irgendeinem bestimmten verhältnis zueinander stehen das kann zum beispiel sein dass es irgendwie so ein hierarchisches verhältnis gibt ein objekt erstellt ein anderes objekt weil es zum beispiel eine instanz von einer bestimmten klasse braucht um seine eigenen aufgaben zu erfüllen das wäre dann irgendwie so ein zusätzliches verhältnis zwischen diesen komponenten ich brauche ein bestimmtes anderes objekt um meine aufgabe innerhalb dieser software zu erfüllen vielleicht brauche ich auch nur informationen aus einem anderen objekt ich brauche vielleicht die den namen und die matrikelnummer von irgendeinem studierenden objekt um die in einer view klasse oder in einem view objekt darzustellen vielleicht müssen wir auch ein bestimmtes verhalten auslösen wenn ein objekt irgendwie ein bestimmtes ereignis vom system wahrgenommen hat dann muss das vielleicht als konsequenz haben dass in einem anderen objekt eine bestimmte methode aufgerufen wird wenn ich irgendwo auf einem button klicke soll vielleicht in einer anderen klasse einen ton abgespielt werden die kommunikation zwischen diesen objekten geschieht in der objekt orientierten programmierung in der regel über methoden methoden sind diese routinen die ein objekt hat die können je nach programmiersprache öffentlich oder privat sein und in der regel ist es so wenn ein objekt in einem anderen objekt verhalten auslösen möchte dass methoden aufgerufen werden ganz kurz zur einordnung objekte sind in der objekt orientierten programmierung einfach so sammlungen von eigenschaften oder methoden die ein bestimmtes ding repräsentieren unterscheiden dass von klassen klassen sind klassischerweise die vorlagen für ein solches objekt und da gibt es in unterschiedlichen programmiersprachen unterschiedliche lösungen also klasse im konkreten sinne gibt zum beispiel in sowas wie python oder in java in javascript gibt es zwar auch dieses schlüsselwort class dass wir verwenden können da sind es aber eigentlich prototypen der hintergedanke hinter beiden ist aber das gleiche das sind vorlagen für objekte objekte repräsentieren in anführungsstrichen konkrete dinge die existieren oder zumindest zur laufzeit existieren die bestimmte eigenschaften haben und bestimmtes verhalten das in form von methoden ausgelöst ist und in der regel erstellen wir die auf basis von eben solchen vorlagen klassen oder prototypen die eigenschaften oder die sammlung die summe der eigenschaften eines objektes ist der zustand wenn man das ein bisschen frei übersetzen möchte und die methoden sind das mögliche verhalten möglich in dem sinne weil eine methode nur weil sie existiert noch nicht unbedingt bedingt dass irgendwas passiert sondern erst durch den methoden aufruf wird ja dieses verhalten ausgelöst kleines beispiel für so ein objekt sehen sie jetzt hier links wir haben in javascript mit diesem es6 class syntax den wir hier auch im kurs verwenden so eine personen klasse erstellt die hat einen konstruktor da drin wird eine eigenschaft gesetzt das ist der zustand dieses objektes zu jedem zeitpunkt hat die eigenschaft name einen bestimmten wert und den können wir auslesen bzw ausgeben lassen mit der same name methode das ist das verhalten über das dieses objekt verfügt also zustand sammlung der eigenschaften und verhalten die methode ganz kurzen hinweis in der regel das heißt in der regel ganz kurz überlegen wie man das irgendwie relativieren kann wenn ich sage objekte bilden die realität ab dann klingt das immer so ein bisschen als ob wir in der programmierung nur mit dingen arbeiten die auch in der realen welt existieren haben das stimmt aber nicht also so was wie eine datei auf ihrem auf ihrer festplatte die existiert nicht physikalisch irgendwo in der realen welt seit irgendwie eine menge von magnet informationen oder irgendwelchen flash chips beziehungsweise einzelnen nullen die irgendwo gespeichert werden und die werden vom betriebssystem zu einem bestimmten zeitpunkt als zusammenhängende datei verinterpretiert aber das ist nichts was real weltlich existiert genauso wie ein dom element im html kontext nicht existiert jetzt könnte man sich darüber streiten ob so was wie ein mausklick existiert weil das ja tatsächlich irgendwie auch einen vorgang ist ein physikalischer aber das ist auch nicht wirklich irgendwie ein greifbares beispiel im gegensatz zum beispiel so was wie ein student ein so ein student oder eine studentin die ja tatsächlich existiert und vielleicht in flex now oder sowas als objekt abgebildet ist also das so ein bisschen einschränkend ja objekte bilden dinge ab nur wenn man davon spricht dass die existieren dann muss man so ein bisschen vorsichtig sein das heißt normalerweise nicht dass wir nur mit dingen irgendwie uns ablagen die tatsächlich greifbar in der welt herumlaufen das ist ganz wichtig weil das auch so ein bisschen den den mindset ausmacht von programmieren dass wir da meistens sehr viel abstrakter irgendwie unterwegs sind als wir das so denken einführende kurse in die objektorientierte programmierung da hören sie dann irgendwas von tierobjekten die sie erstellen und keine ahnung hund und katze erben von dem haustier ich weiß nicht programmiert schon seit keine ahnung 20 jahre und ich habe glaube ich sehr sehr wenig haustier anwendungen geschrieben indem ich solche klassen modelliert habe aber ich habe sehr viel mit dateien gearbeitet sehr viel mit den events ich habe dinge abgebildet in irgendwelchen web applikationen die eben tatsächlich real weltlich nicht existieren kleine einschub in die objektorientierte programmierung hiermit abgeschlossen wenn wir solche objekte haben und das ist völlig egal ob die irgendwie real weltlich existieren oder nicht dann tritt häufig der fall auf dass wir mehr als ein objekt innerhalb unserer anwendung haben und dass sie miteinander kommunizieren und das machen die wir schon angekündigt in der regel über methoden das heißt ein objekt kennt ein anderes objekt und um das verhalten auszulösen werden die methoden aufgerufen punkt also objekt name variabel in der das objekt gespeichert ist punkt methodenname das kann eine anfrage sein das kann befehl sein und häufig kriegen sie dann auch eine antwort auf diese anfrage in form von irgendeinem rückgabewert schauen wir uns mal an wie das irgendwie in der praxis ausschauen kann ich habe ihnen gerade dieses student objekt kurz gezeigt und auf der anderen seite vielleicht haben wir zu einem prüfungsamt objekt also modellieren hier gerade irgendwie flexen auch vielleicht gerade nach und das prüfungsamt möchte jetzt vielleicht irgendwie das hauptfach von einem studierenden ändern weil der ein studiengangswechsel durchgeführt hat und das würde dann in unserem jetzt angenommen prüfungsverwaltungssystem so funktionieren dass dieses objekt prüfungsamt eine methode aufruft von objekt student und durch den aufruf dieser methode dieses verhalten was intern in dem in der student klasse eingebaut ist zum wechsel des hauptfachs entsprechend auslöst vielleicht wieder neues hauptfach übergeben und dann wird das als neuer zustand als neue eigenschaft des student objekts gesetzt häufig ist es wichtig dass wenn sich solche objekte verändern wir über diese veränderung informiert werden also wenn jetzt zum beispiel dieses student objekt sich verändert weil es hauptfach sich verändert dann kann es sein dass komponenten oder bereiche innerhalb ihrer anwendung gibt die sich für diese änderung interessieren stellen sie sich zum beispiel vor sie haben tatsächlich so eine prüfungsverwaltungsanwendung und die stellt eine liste von allen studenten der uni regensburg da und zu jedem student wird das hauptfach angezeigt und irgendwo im hintergrund wird vielleicht durch einen anderen anwendungsteil in den hauptfach geändert dann würden sie das gerne vielleicht in dieser liste gleich aktualisieren das heißt sie haben dann nicht nur diese beiden anwendungsteile die miteinander in einer beziehung stehen weil das prüfungsamt der studenten objekt verändert sondern sie haben vielleicht eine dritte komponente die diese veränderung die hier ausgelöst wird als zentralen teil von ihrer aufgabe ansieht und dementsprechend jetzt irgendwie diese information braucht dass sich das student objekt geändert hat und das ist ein sehr sehr häufiger anwendungsfall also ist ein ganz ganz häufig die situation dass sie genau dieses verhältnis haben sie haben zwei objekte und wenn sich das eine objekt verändert muss das andere objekt was tun dabei ist in der regel nicht vorhersehbar wann sich diese zustandsveränderung abspielt also gerade wenn wir im bereich der interaktiven anwendungen sind die durch nutzer nutzerin verwendet werden dann kann ja vielleicht diese haußer diese hauptfachänderung zu einem beliebigen zeitpunkt irgendwie ausgelöst werden und das können wir nicht vorhersehen wenn wir unsere anwendungen programmieren wissen wir nicht wann diese zustandsänderung tatsächlich eintritt was sind so beispiele dafür sie möchten vielleicht text eingeben das müssen sie jetzt glücklicherweise innerhalb dieser an dieses kurses nicht so hardware nah machen aber vielleicht möchten sie ja irgendwie mitkriegen in einer anderen anwendung wenn irgendwie auf bestimmten buchstaben auf der tastatur gedrückt wird damit sie dann den vielleicht in so einem textfeld oder einem textverarbeitungsprogramm anzeigen sie möchten vielleicht wissen wenn bestimmte button angeklickt wird oder eine schaltfläche angeklickt wird weil das vielleicht irgendwie eine aktion in einem computerspiel in einem irgendwie büroanwendung oder sowas auslöst sie möchten vielleicht mitbekommen dass sich eine spielfigur geändert hat vielleicht auch in einem computerspiel was sie implementieren sie drücken auf die file tasten die position von der spielfigur verändert sich und irgendeine karte oder sowas muss das mitbekommen weil die spielfigur dann einer neuen position dargestellt wird oder sie erreichen eine bestimmte phase innerhalb der anwendung wir haben ja schon mal über ajax und http geredet und da könnte man sich ja vorstellen dass sie vielleicht irgendwie eine anfrage starten um irgendwelche daten einzuholen von irgendeiner mensa api oder sowas und sie wollen dann wenn dieser vorgang abgeschlossen ist also wenn eine neue phase eintritt innerhalb ihrer anwendung darüber informiert werden das machen sie übrigens schon also das ist jetzt kein neues konzept was wir uns überlegen sondern das kennen sie als prinzip schon aus dem javascript html umfeld und da haben sie das gemacht um dom elemente zu überwachen erinnern sie sich an diese event listener methode die haben sie verwendet um ganz explizit zu sagen wenn ein klick event eintritt dann ruft bitte diese funktion auf und das war nichts anderes sie haben ein element überwacht sie haben darauf gewartet dass sich sein zustand verändert die zustandsveränderung ist durch diesen klick ausgelöst worden diese komponente hat ihnen dann zurück die information gegeben dass sich der zustand verändert hat und sie haben darauf reagiert und was dahinter steckt hinter diesem konzept für die dom elemente ist tatsächlich schon dieses observer pattern also da wollen wir hin am ende es gibt verschiedene lösungen wie man jetzt diese diese objekte die sich füreinander interessieren zusammenbringen kann und die erste lösung wäre so eine pull prinzip objekt a interessiert sich für objekt b möchte wissen wenn sich dessen zustand verändert und fragt das einfach regelmäßig sie haben irgendwie so eine vorschleife oder irgendwie so einen ticker und jede sekunde fragen sie objekt b hast du dich verändert wurdest du angeklickt wenn ja dann mache ich jetzt was wenn nicht dann nicht das wäre so ein naiver vorschlag das zu machen das ist theoretisch eine möglichkeit ist aber erstmal unnötiger aufwand also sie werden da wahrscheinlich in 100 fällen einmal nur eine antwort bekommen die positiv ist und in 99 fällen hat sich nichts geändert und sie verzögern vielleicht auch die reaktion auf das ereignis haben ganz kurz um das zu erklären stellen sie sich mal vor sie fragen alle fünf sekunden ein dom element ob es angeklickt worden ist dann kann es ja sein im schlimmsten fall dass sie das element fragen das sagt nein ich wurde nicht angeklickt im nächsten moment klickt der nutzer auf das element drauf und sie kriegen diese informationen erst nach wieder fünf sekunden mit weil das der nächste zeitpunkt ist in dem sie dieses element nach seiner zustandsveränderung fragen deshalb dieser pull ansatz nicht so toll besser wir sorgen irgendwie dafür dass wir das andersrum machen wir pushen diese information in das objekt das sich dafür interessiert immer noch objekt a benötigt informationen aus objekt b und wir sorgen dafür dass bevor dieses ereignis für das wir uns interessieren auftritt wir mit diesen oder unter diesen objekten aushandeln dass objekt b in zukunft objekt a über diese zustandsveränderung informiert wir melden uns an als interessent objekt a sagt wenn sich dein zustand verändert objekt b dann schreibt mir das bitte oder schick mir da eine information das heißt diese beiden komponenten handeln miteinander aus wer sich dafür was interessiert und objekt b merkt sich wer sich im vorfeld für bestimmte zustandsveränderungen registriert hat und wenn dann diese situation auftritt wenn dieses event zum beispiel auftritt dann nachgeschaut werden wer hat sich im vorfeld registriert und diese komponenten können informiert werden und genau dieses prinzip was sie auf der rechten seite sehen das ist so weit verbreitet dass es da auch eine einheitliche lösung für gibt das nennt man dann observer pattern das ist das erste entwurfsmuster was wir uns anschauen da gibt es eine mehr oder weniger klar definierte lösung wie man dieses konzept jetzt unabhängig von der programmiersprache solange es irgendwie objekt orientiert ist tatsächlich umsetzen kann da schauen wir uns jetzt mal an wie ist das aufgebaut also was ist jetzt der der inhaltliche hintergedanke hinter diesem observer pattern was das gerade eben beschriebene problem löst wir haben auf der einen seite haben ein observable oder subject das ist die komponente unserer software die überwacht werden kann die sich merkt wer sich für zustandsveränderungen interessiert und die dann bei bedarf darüber informiert wenn sich in diesem objekt was getan hat auf der anderen seite haben wir die observer das sind jetzt zwei begriffe die eine ganz klare bedeutung haben das habe ich mir jetzt nicht überlegt sondern wenn sie in gamma et al reinschauen dann finden sie genau diese begriffe für diese beiden gruppen von komponenten auf der einen seite das observable das objekt auf der anderen seite die observer das können ganz viele sein das ist so ein 1 zu n verhältnis es können sich ganz ganz viele komponenten für die zustandsveränderungen von diesem observable interessieren das observable und wir sind jetzt schon dabei diese lösung zu konzipieren das ist alles jetzt teil von diesem pattern was ich jetzt sage ist diese generische lösung für dieses konkrete problem das observable kennt alle observer weil es denen erlaubt sich bei ihm anzumelden also irgendwie ist eine schnittstelle vorgesehen wo die observer sagen können observable ich interessiere mich für dich und für deinen zustand wenn sich was verändert sagt mir bescheid wenn sich was verändert dann schaut das observable nach wer hat sich im vorfeld registriert das muss also irgendwie so eine liste führen an observer und informiert die dann über diese zustandsveränderung und die kommunikation funktioniert jetzt in diesem observer pattern an zwei verschiedenen stellen am anfang durch die registrierung also die observer registrieren sich bei dem observable melden sich also quasi an als rezipient dieser information das bei passiert klassischerweise irgendwie wenn diese komponenten erstellt werden am anwendungs start irgendwann zu einem wohl definierten zeitpunkt und dann später zur laufzeit zu einem weniger klar definierten zeitpunkt meldet sich das observable wieder und sagt tatsächlich hat sich mein zustand verändert alle leute die sich vorher angemeldet haben kriegen jetzt diese information genau dieses prinzip setzen sie jetzt seit wochen in javascript immer um wenn sie irgendwo eine methode registrieren über diese ad event listener funktion von einem dom element dann machen sie den bereich in dem sie sich gerade bewegen zu einem observer und das entsprechende dom element informiert dann durch den aufruf dieser methode darüber haben wenn sich zum beispiel der click event oder sowas dann tatsächlich zuträgt eine etwas speziellere variante durch dieses übergeben von methoden denn klassischerweise schaut es so aus dass man sich in der objektorientierten programmierung tatsächlich eher die objekte merkt die observer sind also in javascript ist jetzt ein etwas speziellerer fall weil wir uns nicht die observer an sich merken die später informiert werden sondern wir merken uns direkt die methoden die aufgerufen werden sollen wenn wenn dieses ereignis mit dem wir uns verbunden haben auftritt das behalten sie einfach mal so im hinterkopf das sind eine speziellere reform von diesem observer pattern ist aber klassischerweise könnte das so ausschauen so eine einfache implementierung in javascript das entspricht auch ungefähr dem was sie finden wenn sie mal wenn sie lust haben in den quellcode von diesen dom elementen reinschauen also wenn sie sich da mal anschauen wie so ein html element aufgebaut ist dann finden sie irgendwann eine klasse oder ein prototypen der heißt glaube ich event target und der hat code innen drin der so ähnlich ausschaut wie das was sie jetzt hier sind so eine ganz einfache implementierung von so einem observable was macht dieses observable aus das hat und erkennt eine liste die am anfang leer ist dass dieses array was in dem konstruktor erstellt wird und da speichert sich dieses observable alle observer oder listener wie auch immer sie das nennen möchten hinein für dieses registrieren gibt es eine methode die heißt jetzt in diesem fall register und die kriegt eine callback methode übergeben und die wird in dieses array hinein gespeichert das ist der zeitpunkt oder die schnittstelle mit der sich andere objekte bei diesem observable registrieren die sagen ich würde gerne in diese methode diese methode soll aufgerufen werden wenn sich der zustand verändert und wenn sich der zustand verändert dann ruft dieses observable die notify observers methode auf schaut sich an wer sich im vorfeld registriert hat in diesem array iteriert klassischerweise darüber und ruft dann jede dieser methoden auf die wir im vorfeld in dieses array hinein gepusht haben also diese registrierungs methode für den zeitpunkt wo sich die observer beim observable anmelden und die notify observer methode für die gegensätzliche richtung wenn dann tatsächlich die observer vom observable informiert werden über die zustandsveränderung auf der anderen seite die implementierung kann dann zum beispiel so ausschauen dieses observable wird irgendwann erstellt klassischerweise ist da natürlich mehr content drin das ist ein bisschen belanglos weil er wirklich nur diese observable komponente drin ist normalerweise ist ein keine ahnung button dann zusätzlich zu der tatsache dass er ein ui element ist eben auch ein observable um diese funktionalität sicherzustellen wir erzeugen das wir erzeugen im fall von javascript eine sogenannte callback methode also der punkt den wir beim registrieren beim observer als zurücksprungadresse angeben dann rufen wir diese registrierungsfunktion auf übergeben diese callback methode und danach sind diese beiden teile von unserer software miteinander verbunden wir haben jetzt dieses observer pattern zwischen der rechten seite als observer und der linken seite als observable aufgebaut wenn sich jetzt irgendwas ändert dann kriegen wir diese information in diese rechte in diesen rechten teilbereich unserer anwendung hinein gibt es ganz ganz viele anwendungsbeispiele was ich ihnen schon angekündigt habe oder gesagt habe sind so dom oder ui events im browser eingaben in computerspielen funktionieren so wir reagieren darauf dass irgendwas passiert klammer auf in computerspielen funktioniert das möglicherweise ein bisschen anders wenn man da vielleicht dann doch mal auf so pull sachen zurückgreift weil es einfach besser mit der hardware taktung funktioniert aber auf dem level wo sich vielleicht computerspiele programmieren da ist das durchaus so event basiert gelöst wir überwachen vielleicht irgendwie datenbank manipulationen haben wir auch schon in diesem kurs ab und zu gesehen dass wir so async kronen sqlite operationen durchführen und wir warten dann darauf dass diese operation tatsächlich abgeschlossen ist registrieren vorher ein listener der uns dann darüber informiert vielleicht ist irgendwie ein nebenläufiger task der irgendwann abgeschlossen ist oder gewisse teil operationen durchführt so ein observable und wir würden gerne diese unterschiedlichen phasen die dadurch läuft als observer abfangen und dann natürlich noch solche sachen wie irgendwie ajax http anfragen die ja auch so verschiedene phasen durchlaufen die wir dann einzeln abfangen können und das ist noch sehr viel weiter irgendwie auszuführen diese liste und soll so ein bisschen zeigen dass wir hier tatsächlich etwas identifiziert haben was es in ganz ganz vielen anwendungsbereichen gibt in ganz ganz vielen unterschiedlichen kontexten haben sie das gleiche problem sie müssen zwei objekte irgendwie miteinander verbinden die haben tatsächlich in diesem informations bedingten hierarchie verhältnis stehen und sie können für alle diese verschiedenen probleme das gleiche muster einsetzen also dieses observer pattern ist super generisch super abstrakt und kann für ganz ganz viele probleme die sie im kontext der software entwicklung haben tatsächlich eingesetzt werden und der trick ist jetzt dass sie dieses observer pattern kennen sie wissen jetzt wie man das implementiert sie wissen was die rahmenbedingungen sind und wenn sie jetzt irgendwo in der implementierung ihrer eigenen software auf ein problem stoßen was so oder ähnlich ausschaut dann können sie dieses pattern verwenden um die lösung zu implementieren sie können sogar noch weitergehen sie können mir sagen dass sie jetzt für dieses problem das observer pattern verwenden und ich weiß dann was damit gemeint ist also wir schaffen hier gerade zwei dinge wir haben so einen kleinen baukasten aus dem wir uns bedienen können und wir haben eine eigene gemeinsame sprache also wir haben jetzt so einen gemeinsamen wissensstand und wir können über diese sehr konkreten lösungen vielleicht auf eine abstrakte art und weise kommunizieren und das ist einer der vorteile von solchen patterns ich zeige ihnen jetzt noch ein zweites pattern was so ein bisschen in was eigentlich auf der genau gegensätzlichen ebene oder seite des detail grad steht dieses observer pattern das ist wirklich ganz ganz weit unten in ihrer software drin das betrifft genau zwei komponenten und da geht es wirklich darum dass sie das in jeweils der einen klasse auf diese art und weise observer in der anderen klasse als observable implementieren aber das ist wirklich auf dem level wo zwei komponenten miteinander kommunizieren was ich ihnen jetzt zeige ist auch wieder die gleiche idee wir haben ein bestimmtes problem wir wollen das in einer wiederverwendbaren lösung umsetzen und wir schauen uns hier aber nicht so ein detailproblem an sondern wir werfen hier im blick auf das große ganze das model view controller pattern dreht sich nicht mehr darum wie nur zwei komponenten miteinander kommunizieren sondern das ist so ein ganz grundsätzlicher ansatz dafür wie sie software gerade software die ein grafisches benutzerinterface hat grundsätzlich strukturieren und aufbauen können also eine ganz andere seite jetzt quasi was den detailgrad angeht und noch ein hinweis dieses model view controller pattern oder mvc das werden sie auch nicht in erich gamma finden in design patterns for object oriented software sondern das kommt ein bisschen später tatsächlich auf das ist da noch nicht drin das ist auch ein bisschen schwierig zuzuordnen was das jetzt eigentlich für eine kategorie ist und das ist in der praxis auch schon so ein bisschen überholt also da gibt es leicht bessere ansätze wenn sie das konkret implementieren möchten aber das grundprinzip ist super spannend und super interessant um zu verstehen wie man grafische software tatsächlich aufbauen kann deshalb schauen wir uns das jetzt nochmal an der hintergedanke ist dass wenn wir ein grafisches benutzerinterface in unserer anwendung haben zum beispiel html css für so eine web anwendung dann können wir in der regel ein ganz bestimmtes prinzip beobachten wie nutzer und nutzerin mit dieser anwendung interagieren es läuft immer nach dem gleichen schema ab wir schauen uns irgendwie als nutzer nutzerin an was so in der anwendung passiert und es muss keine desktop anwendung sein das kann auch irgendwie keine ahnung hier mein handy sein was ich mir irgendwie anschaue und da betrachte ich den bildschirm sehe vielleicht irgendwie eine anwendung die dem akt dem aktuellen zustand präsentiert wird mir gegenüber mit bestimmten user interface elementen bestimmten texten und so weiter und dann reagiere ich darauf als nutzer ich wähle vielleicht ein bestimmtes element aus mit dieser reaktion auf das user interface was ich gerade sehe löse ich intern eine bestimmte reaktion aus also meine nutzer eingabe wird umgewandelt in irgend etwas algorithmisches was logisches was den zustand meiner anwendung verändert und dieser neue zustand der wird dann wieder im user interface repräsentiert und dann beginnt das ganze von vorne ich habe auch gleich ein konkretes beispiel damit man das ein bisschen besser verstehen kann aber die grundlage dafür dass wir uns jetzt über dieses prinzip mvc gedanken machen das am ende dazu führen soll dass wir unsere anwendung auf eine bestimmte art und weise strukturieren ist diese überlegung dass wir eigentlich immer so einen sehr ähnlichen aufbau haben und ablauf vor allem was die interaktion von nutzern und nutzerinnen mit der anwendung angeht ganz kurz nur als hinweis das müssen wir jetzt nicht weiter durchgehen zweiter eine zweite motivation für dieses mvc prinzip ist ist dass wir auch hier wieder versuchen wollen diese unterschiedlichen aufgaben die wir gleich in diesem ablauf identifizieren werden klar voneinander zu trennen das ist ja sowieso immer irgendwie unser ziel wenn wir software entwickeln separation of concerns durchzuführen das heißt überall da wo es irgendwie möglich ist struktur in an unsere anwendung zu bringen und sie erinnern sich woher der begriff kommt deicester der das geprägt hat also eine der wesentlichen oder eines der wesentlichen prinzipien für moderne software entwicklung wenn es irgendwie geht dann teilen wir unsere software in aufgaben bereiche auf also diese grundsätzliche ablauf von interaktion in der grafischen anwendung und dieses separation of concerns das sind so die beiden säulen für das mvc pattern im detail noch mal damit wir das jetzt irgendwie aufteilen können habe ich ihnen jetzt noch mal diese diese vierstufige abfolge von von interaktion innerhalb der anwendung versucht auf so unterschiedliche bereiche der anwendung aufzuteilen also ich habe jetzt noch mal diese vier punkte die ich ihn gerade schon vorgestellt habe versucht so ein bisschen schon auf anwendungsbereiche zu verteilen die anwendungsbereiche sind das user interface also das was man tatsächlich sieht dann irgendwie so der innere kern der anwendung auf der einen seite auf der anderen seite die eingaben die getätigt werden die ausgaben die getätigt werden die programm logik die abläuft und der zustand innerhalb der sich unsere anwendung befindet also haben sie eine ganz grobe aufteilung in das user interface und in den rest wenn sie so wollen also alles was intern funktioniert im user interface haben wir einmal natürlich die ausgabe das was wir sehen aber auch die möglichkeit dinge einzugeben oder zu verändern und in diesem inneren zustand oder in diesem inneren teil der anwendung haben wir einmal zu jedem zeitpunkt eigentlich einen wohl definierten zustand zumindest in den anwendungen die wir so kennen haben das heißt die summe der eigenschaften dieser anwendung und wir haben irgendwie code logik die diesen zustand manipuliert und durch diese vier bereiche hangelt sich jetzt der nutzer oder die nutzerin von einer grafischen anwendung in diesem klassischen interaktions loop den ich ihn gerade auf der ersten folie gezeigt habe also wir nehmen irgendwie das user interface war wir verändern das user interface indem wir eingaben tätigen wir lösen durch diese eingaben logik innerhalb von unserem programm code aus diese logik führt dazu dass sich der zustand meiner anwendung verändert und dieser neue zustand wird wieder gerendert und das ganze fängt von vorne an ein kleines beispiel die app kennen sie alle whatsapp so ein chat programm und auch da wenn ich überspitze das jetzt ein bisschen aber man kann das prinzip gut verstehen auch hier können wir diesen diesen ablauf wieder identifizieren sie rufen ihre chat gruppe auf sie sehen was der aktuelle chat verlauf ist das ist die ausgabe dann verwenden sie das eingabe fällt um vielleicht eine antwort auf eine bestehende nachricht zu verfassen das ist die eingabe diese nachricht wird lokal bei ihnen angezeigt und auch über das internet über das www übertragen an ihren gegenüber also an die anderen chat partner dort verändert sich dann vielleicht irgendwie der interne zustand von ihrer anwendung weil irgendwo diese nachricht eingetragen wird und dann wird vielleicht diese liste der neuen nachrichten auch auf dem bildschirm angezeigt also auch hier ist dieser klassische ablauf diese kreisläufe ganz gut zu identifizieren ausgabe eingabe veränderungen oder logik zustandsveränderung und dann wieder neues rendern von unserer von unserem anwendungs state und das ist ein beispiel dafür aber das ist tatsächlich was sehr verbreitet ist und auch das spricht ja wieder dafür dass wir uns vielleicht für die strukturierung unserer anwendung dann ähnliches muster überlegen also wenn wir diesen ablauf häufig irgendwie identifizieren und so funktionieren grafische anwendungen dann haben sollten sie sich überlegen ob es da vielleicht irgendwie möglichkeiten gibt das auch tatsächlich generisch oder abstrakt als lösungsansatz zu formulieren und genau das macht dieses model view controller pattern das definiert jetzt nicht wie zum beispiel die übergabe zwischen dem user interface und dem der zugrunde liegenden logik aufgebaut ist das definiert nicht wie irgendwelche klassen oder sowas heißen sollen sondern das setzt einfach erstmal fest oder stellt fest dass man eine grafische anwendung in drei wesentliche teilbereiche aufteilen kann nämlich den view in dem dinge angezeigt werden der controller der die anwendung verändert das model in dem der aktuelle zustand der anwendung festgehalten wird und dann die beziehung von diesen elementen untereinander es fängt immer wieder beim nutzer an der diesen view was auch immer sich dahinter verbirgt tatsächlich sieht dann durch die verwendung des controllers darauf reagiert der controller manipuliert das model in dem der aktuelle zustand der anwendung festgehalten wird und durch diese zustandsveränderung wird dann auch wieder der view aktualisiert in der dieses model rendert das heißt auch nicht dass sie in ihrer anwendung genau ein view genau einen controller und genau ein model haben sondern was dieses mvc prinzip ihnen mitgeben soll ist so eine grobe möglichkeit die vielen verschiedenen komponenten ihrer anwendung zu gliedern sie haben vielleicht eine handvoll von klassen oder objekte die zur darstellung von informationen im user interface zuständig sind die gehören dann zum view sie haben vielleicht komponenten die auf benutzereingaben reagieren und irgendwelche zustandsveränderungen auslösen oder irgendwelche logik ablaufen lassen das ist vielleicht dann dem controller bereich zuzuführen und sie haben vielleicht teil bereich ihrer anwendung die möglichst isoliert vom rest der anwendung wirklich nur den zustand der anwendung also die sammlung von variabeln und eigenschaften die die anwendung zu einem fixen punkt zeitpunkt beschreiben tatsächlich abbilden und dieses mvc pattern das gibt ihnen eben die möglichkeit jedes element das sie in ihrer software umsetzen und konzipieren vielleicht einem dieser bereiche zuzuordnen und dann auch die reihenfolge und die art und weise wie diese elemente miteinander kommunizieren entlang dieses entlang dieses kreises oder entlang dieser verbindung zwischen den komponenten zu gestalten als eine abstrakte vorstellung von der software architektur ihrer anwendung kein singuläres pattern keine fertige lösung in form von code ebene sondern wirklich so eine struktur vorstellung für ihre anwendung es gibt drei wesentliche bereiche model controller und view der model view und controller das model schon gesagt diese zentrale komponente des musters da ist interne logik drin da sind die daten anwendungsdaten drin da wird gespeichert was ihre anwendung ausmacht und das ist unabhängig vom rest der anwendung controller akzeptieren die eingaben des benutzers wandeln die in irgendwelche konkreten kommandos für den internen ablauf ihrer anwendung aus und manipulieren dieses model und das view rendert entweder das ganze model oder ausschnitte der daten aus dem model so dass der nutzer diesen anwendungszustand dann tatsächlich wahrnehmen kann die kommunikation innerhalb dieses mvc patterns ist jetzt wieder nicht fortgefahren oder dies nicht irgendwie festgesetzt anhand von irgendwie einer ganz klaren vorgabe wie diese komponenten miteinander verzahnt werden nochmal es kann sein dass sie 20 view klassen haben und mehrere models in ihrer anwendung das ist überhaupt nicht irgendwie auf eine bestimmte summe beschränkt und dementsprechend können wir auch nicht sagen wie jetzt ganz konkret die die technische umsetzung dieser kommunikation erfolgt aber wir können grob wenn wir wissen dass eine komponente vielleicht eher zum view gehört und eine andere komponente eher zum model gehört uns überlegen in was für einem kommunikativen verhältnis die stehen weil das prinzip ist wieder das gleiche für alle komponenten der controller empfängt irgendwie sachen gibt es an das model weiter das model verarbeitet die eingaben gibt das ganze an den view weiter und das view rendert diese informationen also controller model view sehen so die reihenfolge in der die elemente miteinander kommunizieren und auch wenn jetzt irgendwie wir nicht genau wissen wie die komponenten ausschauen die das model ausmachen und dann nicht genau sagen können diese schnittstelle zwischen model und view ist immer so konzipiert wissen wir zumindest dass da irgendwo eine schnittstelle für existieren muss und wenn wir dann konkrete komponenten implementieren fällt uns vielleicht ein dass ein konkretes model und ein konkretes view vielleicht über sowas wie eine observer schnittstelle verfügen weil das model dann dem view mitteilt ich habe mich verändert render bitte diesen neuen zustand diesen anwendungszustand von dem ich immer rede das ist ein etwas abstrakter begriff und er soll eigentlich nur heißen dass innerhalb eines computerprogramms in der regel zu jedem zeitpunkt ein definierbarer zustand vorliegt leicht ist kann man sich das vorstellen wenn man das so ein bisschen runter bricht und sie sich tatsächlich so was wie eine klasse oder ein objekt anschauen ein objekt hat eine bestimmte sammlung von eigenschaften diese eigenschaften haben bestimmte werte wenn sie jetzt die ausführung von ihrem projekt von ihrem programm anhalten und die zeit einfrieren dann ist diese menge der eigenschaften bzw werte der eigenschaften der zustand von diesem objekt und das können sie auch auf das gesamte programm übertragen es gibt eben so einen klar definierten zustand in dem sich ein programm zu einem bestimmten zeitpunkt befindet weil wir uns einfach anschauen können aus welchen objekten aus welchen eigenschaften besteht dieses programm und was haben die aktuell für einen wert es gibt ganz viele unterschiedliche state konzepte in der informatik die sich auf unterschiedliche teilbereiche tatsächlich beziehen aber diese grundsätzliche idee ist immer wir wir können die menge oder die summe der eigenschaften eines programms zu einem bestimmten zeitpunkt definieren das funktioniert nicht bei jeder art zu programmieren bei dem was wir machen funktioniert das aber die idee ist dass diese anwendung die sie schreiben sich hinsichtlich des zustands verändern kann also wir haben vielleicht einen bestimmten wohl definierten zustand der ist vielleicht am anfang wenn die anwendung startet vorhanden bei whatsapp wenn sie irgendwie die anwendung anhalten würden ich glaube das ist nicht der fall aber vielleicht kann man sich das so vorstellen gibt es irgendwo ein array mit allen städt nachrichten dann passiert irgendwas also irgendwas löst eine zustands veränderung aus haben zum beispiel die tatsache dass die nutzer nutzerinnen eine neue nachricht schreiben passiert irgendwie dann rumort ihrer anwendung da passiert irgendwas im controller oder model und am ende von diesem mini prozess hat ihre anwendungen neuen zustand das heißt sie haben oder nutzer nutzerinnen haben durch bestimmte interaktionen diesen anwendungszustand verändert es fängt mit einem anwendungszustand an mit dem anderen hört es auf und dann könnte man sich überlegen wenn man das ganze wieder auf mvc überträgt dass dieser neue zustand 2 dann wieder vom view tatsächlich gerendert wird jetzt haben wir leider keine zeit mehr für den für den praktischen teil aber wir haben ja eh noch vor ganz ganz viele oder zumindest zwei sitzungen nachzuholen vielleicht können wir das ja dann irgendwie mal einplanen dass wir so eine etwas längere praxis sitzung machen vielleicht so einen kleinen workshop vor den projekten und dann kann ich das was ich jetzt mit ihnen eigentlich vorgehabt hätte gerne dann nochmal wiederholen ich sag ihm ganz kurz der vollständigkeit halber was ich vorgehabt hätte in den letzten fünf minuten und dann könnte sich entweder selber mal mit dieser kleinen mini aufgabe beschäftigen oder wir machen das zusammen am ende vom semester ich habe ihn jetzt zu zwei beispiele für diesen entwurf muster begriff gezeigt und das natürlich mit dem hintergedanken gemacht dass sie jetzt ein bisschen überlegter an die software entwicklung rangehen das jetzt nicht zwangsweise in jeder anwendung unbedingt irgendwie mvc und observer und was es sonst noch so alles gibt umsetzen sondern dass sie einfach wissen es gibt für einige dinge tatsächlich so existierende lösungen und die können wir als gesichertes wissen übernehmen was wesentlich wichtiger jetzt am anfang ist dass sie sich grundsätzlich damit auseinandersetzen wie sie software planen und da gilt das prinzip dass alles was sie machen bevor sie anfangen code zu schreiben haben sich mit hoher wahrscheinlichkeit positiv auf die qualität von ihrer lösung auswirken wird also natürlich wenn man die ganze zeit nur nachdenkt und nicht programmiert dann kommt am ende nichts dabei raus aber genauso schlecht ist es wenn sie irgendwie drauf los entwickeln und sich nicht vorher ein grobes konzept von ihrer anwendung machen genau darum sollte es jetzt eigentlich gehen dass sie in seinen mindset reinkommen wo sie sagen jeder plan den ich mir irgendwie mache ist besser als wenn ich mir keinen plan mache das soll heißen dass sie sich gerade jetzt so in dieser phase wo sie sich gedanken über ihre abschlussprojekte machen wo sie vielleicht auch tatsächlich schon konkrete ideen haben wo sie dann langsam mit der umsetzung anfangen sich möglichst viele überlegungen dazu machen wie ihre anwendung vielleicht funktioniert wie die strukturiert ist wie die bedient wird bevor sie dann tatsächlich mit der umsetzung gewinnen also so einen guten plan zu machen haben anhand deren dann man die anwendung tatsächlich umsetzt ist irgendwie das a und o und das ist für leute die vielleicht schon programmierkurse besucht haben und software engineering kurse besucht haben vielleicht absolut offensichtlich aber ich habe die erfahrung gemacht ist dass für viele leute tatsächlich gar nicht so offensichtlich ist und dieses planhafte vorgehen ganz ganz häufig fehlt und dann auch der grund ist warum irgendwas scheitert also wenn sie probleme haben dann liegt es häufig gar nicht daran dass sie nicht programmieren können das können sie schon aber sie verrennen sich vielleicht in bestimmte lösungen die nicht funktionieren und machen fehler die nicht passieren würden wenn sie vorher noch mal schritt zurück gehen würden und sich ein bisschen genauer überlegen wie sie dieses diese aufgabe software zu implementieren jetzt tatsächlich angehen würden sie müssen dafür nicht irgendwelche standardisierten anforderungsdokumente ausfüllen das ist teil von anderen kursen das ist vielleicht auch teil von anderen studiengängen aber sie sollten die mittel die sie verwenden können möglichst effektiv nutzen und selbst wenn sie nur irgendwie eine grobe skizze machen von vielleicht irgendwie dem user interface oder sich kurz notieren bevor sie ein modul implementieren was denn eigentlich hier die aufgabe von dieser software komponente ist das alles hilft ihnen schon dabei tatsächlich ein bisschen weniger schlecht zu programmieren also jedes bisschen hilft und jedes stück was so ein bisschen von dieser idee ich weiß grob was ich machen muss und ich fange jetzt mal an zu programmieren wegkommt wirkt sich positiv aus versuchen sie das tatsächlich jedes mal wenn sie software entwickeln umzusetzen auch noch so eine kleine anwendung kann für sie tatsächlich einfach einen ort sein wo sie so planhaftes vorgehen ausprobieren das sind auch alles sachen die man durch erfahrung oder durch anwenden tatsächlich lernt sie werden nicht dadurch dass ich ihnen irgendwas sage zu einer besseren software entwicklerinnen sondern besseren software entwickler sondern dadurch dass sie diese dinge alle ausprobieren das heißt nutzen sie jede chance nutzen sie jede übungsaufgabe nutzen sie das projekt vor allem um einfach mal auszuprobieren so ein bisschen planhafter vorzugehen was ich mit ihnen machen möchte oder wollte eigentlich aber das machen wir dann vielleicht am ende des semesters und wäre das ganze an einem kleinen beispiel mal durchzuspielen ich habe so ein ganz kleines anwendungsbeispiel vorbereitet der bundestrainer 2 0 da wäre die idee dass wir eine web anwendung bauen die es nutzer und nutzerinnen ermöglicht so eine persönliche aufstellung für kommende fußballspiele der nationalmannschaft zu erstellen also ich kann da aus dem kader irgendwie meine aufstellung und mein team zusammenstellen und dann mal vielleicht schauen was irgendwie der bundestrainer macht und das vielleicht auch mit leuten vergleichen die auch vielleicht so eine eigene vorstellung davon haben wie die mannschaft spielen sollte das wäre irgendwie so der der aufhänger gewesen und wir hätten dazu zuerst mal gesammelt was sind eigentlich so die funktionen die wir implementieren müssen damit diese beschriebene anwendung umgesetzt wird in das user interface skizziert uns ein bisschen gedanken über die interaktion innerhalb des user interfaces gemacht und dann versucht daraus so ganz konkrete komponenten zuerst grob entlang des mvc schemas und dann später vielleicht tatsächlich auf module ebene umzusetzen dazu kommen wir zu heute nicht mehr aber sie können sich das ja schon mal anschauen wenn sie möchten und vielleicht sich selber so ein paar gedanken dazu machen vielleicht haben sie auch lust diese aufgaben selber schon mal zu machen also ein bisschen zu skizzieren und zu konzipieren und vielleicht können wir dann entweder der nächsten oder übernächsten woche da direkt anschließen und damit weitermachen ich danke ihnen jetzt erstmal für ihre aufmerksamkeit wünsche ihnen viel spaß in der übung und falls irgendwie klausuren zu schreiben haben schon mal viel erfolg aber wir sehen uns nächste woche noch mal ich weiß gar nicht wo wir gerade sind im semester vielen dank für die aufmerksamkeit wenn es noch fragen gibt bin ich kurz im chat und ansonsten bis nächste woche auf wiedersehen